Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 23. Dezember 2022. Du hörst die Geek Talk Daily 1291. Ach wie schön, die Schweiz wurde geboren. Acara, Sonos, Kryptomator, Netflix, Spotify und iPhone. Und wer mit dem Satz von der Schweiz geboren ist, nichts anfangen konnte, der soll die aktuelle Nummer mal in Wikipedia nachschlagen. Wir gehen zuallererst zu Acara. Ja, die haben ein neues System integriert. Acara sind ja die Smart Home Gadgets, die sehr günstig zu haben sind und einen tollen Effekt haben. Ich liebe die Dinger. Ich habe viele, sagen wir es mal so, von den Bewegungsmelder, Temperatursensoren und alles Mögliche im Haushalt, aber auch im Büro. Und die integrieren neu auch Sonos, sodass man in der App direkt schon die Dinge verknüpfen kann. Zum Beispiel, wenn eine Bewegung erkannt wird, dass dann Musik abgespielt wird. Ich habe zum Beispiel unter meinen Schreibtischen jeweils so einen Bewegungsmelder. Sobald ich da in die Nähe komme vom Schreibtisch, besser gesagt die Füsse drunter setze, also mich hinsetze, bewusst hinsetze, dann geht zum Beispiel das Licht an. Teilweise geht auch die Musik an oder noch ein paar andere Dinge, die dann passieren. Das sind Dinge, die einfach und praktisch sind. Das löse ich über Apple HomeKit in den meisten Fällen, also über die Apple-Schnittstelle, wo das Ganze zusammenkommt. Das könnte ich zukünftig auch direkt in der Acara-App drin machen. Weiter geht es gerade, wenn wir schon beim Thema sind, mit Sonos. Aber hat ein bisschen mehr mit Ikea zu tun, denn die haben ja Anfang des Jahres einen satten Preisaufschlag gemacht. In Deutschland sind es 30 Prozent, wo sie mit dem Preis hochgegangen sind. So hat plötzlich der Symphonie-Skirac-Lautsprecher, den ich sehr schätze, nicht mehr 99 Währungseinheiten gekostet, sondern 129 Währungseinheiten. Das ist natürlich heftig, aber eben, wir haben aktuell Engpässe und alles Mögliche. Nun rudert seit ca. einem halben Monat Ikea wieder ein bisschen zurück, zumindest in Deutschland. Ich müsste mal schauen, wie es in der Schweiz ist. Da gehen nämlich die Preise wieder zurück. Das heisst, der Regallautsprecher wird aktuell wieder für 99 Euro verkauft. Somit in Deutschland, wer noch nicht hat, soll doch zugreifen, wenn man dann möchte. Vor allem, weil man die Dinge auch als Airplay-Lautsprecher sehr, sehr, sehr gut nutzen kann und dieses Sonos gar nicht nutzen muss. Weiter geht es mit Cryptomator, einer App, dessen Testberichte ich euch auf daily.tiktok.ch im Podcatcher eures Vertrauens oder halt eben da draussen im Internet verlinkt habe. Ja, die Software finde ich extrem cool, ist Open Source und schützt deine Daten, weil du kannst dir da eigene Tresore erstellen und dann die da ablegen. Auf einer externen Festplatte, auf einem USB-Stick, deinem Computer, was auch immer, in der Cloud, einfach und sicher. Die gibt es aktuell für Weihnachten oder während der Weihnachtszeit für 33% Ermässigung. Also unbedingt zuschlagen, sofern ihr es noch nicht habt. Und für all diejenigen, deren Boxcryptor, Dingsbummens Account gerade gekündigt wurde, das ist die Wahl, die ihr treffen könntet. Netflix, die hauen was Neues raus. Und zwar eine Kooperation, in Anführungsschlusszeichen, mit Nike. Es ist mal ein Test. Nike Training Club, eine Staffel mit Videos. Fitness-Videos sind jetzt bei Netflix aufgetaucht. Das heisst, ihr könnt Sport machen, direkt über Netflix. Ihr seid nicht angebunden wie über die Apple TV und Apples Fitnessgeschichte, aber ihr könnt Sport machen. Vorne machen ein paar hübsche Menschen etwas vor, dahinter können ein paar anders hübsche Menschen, wie ihr seid, das Ganze nachmachen. Wieso nicht? Ob es da weitergeht, ob noch weitere Staffeln kommen werden und so weiter, das ist nicht bekannt. Aber es ist sicherlich eine praktische Ablösung, vor allem jetzt gerade um die Festtage, wo man dann ein bisschen mehr ist als normal. Da könnte man auch das eine oder andere Training nachher machen. Das erinnert mich daran, ich sollte mal auf diesem Apple TV Sport machen. Genau. Nächstes Jahr dann. Gemeinsame Nutzung von Netflix, Disney Plus und ähnlichen Streaming-Diensten ist illegal. In Grossbritannien, das sagt zumindest die IPO. Wer ist die IPO? Intellectual Property Office, das Amt für geistiges Eigentum. Die sagen nämlich, dass eben Spotify, Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus, Wenn ihr da einen Account habt und es mit Freunden teilt, ausserhalb der Familie, dann sei das illegal. Ja, kann man machen. Wird aktuell nicht verfolgt, aber man weiss ja nicht, wie kreativ die ganzen Streaming-Anbieter plötzlich werden. Ich meine, wir haben es früher bei der Film-Mafia gesehen, als es beim Video losging. Wir werden bald mal hier eine Plex-Sonderfolge haben im Geek-Doc-Mutter-Format. Hört euch das dann unbedingt an. Das könnte was für euch sein. Netflix will das gescherte Passwort sowieso auch anden, sagt man dem anden, einfach verbieten. Das ist schon länger auf dem Plan. Jetzt gibt es ein konkretes Datum. Anscheinend soll Anfang 2023 das Ganze greifen. Das heisst, wenn du mit anderen Menschen einen Account teilst, wirst du für die anderen zur Kasse geboten, sofern die ausser des Hauses sind. Ich bin mal gespannt, wie die das machen. Ich nutze das bei mir im Büro, aber auch zu Hause. Somit wären das ja eigentlich auch schon zwei. Ja, mal schauen, was Netflix da so treiben wird. Auch treiben tut es bunt, nämlich Spotify. Die möchten bald wissen, wie fleissig ihr euch bewegt, denn Daten sind wichtig. Ihr wisst, ja, natürlich geht Spotify nur darum, um euch die richtige Musik für das nächste Workout zu liefern. Und deshalb möchten sie, zumindest wenn es nach dem Twitter-Nutzer Chris Messina geht, eure Fitnessdaten auslesen über HealthKit. Zumindest mal auf der Apple-Seite. Bei Android hat man das noch nicht im Code entdeckt. Bei Spotify, also bei iOS eben schon. Spotify will die Möglichkeit haben, eure Gesundheitsdaten auszulesen, um euch bessere Workout-Wiedergabelisten zu erstellen. Na dann, wie wollen wir es? Spotify, was braucht ihr noch für Daten? Ihr, nein, ich gebe sie nicht. Aber es ist ja jeder seine selbst. Dürft ihr natürlich machen, wenn es dann bessere Playlists gibt in dem Fall. Aber das ist, finde ich, ein teurer Eintausch. iPhone richtig löschen. Wie das tut, und vor allem jetzt gerade um Weihnachten, wo viele von euch einige ein neues Smartphone bekommen, dann sollte man das wissen, wie das funktioniert. Wie das geht, das erkläre ich euch drüben im Pogipsi.ch-Blog. Was man da beachten muss, es geht da wirklich um iPhones. Man kann sich das aber auch durchlesen und gewisse Dinge, sozusagen das meiste, auch für ein Android-Smartphone ableiten. Somit, also wer da Neues bekommt, sollte sich mal das ein bisschen genauer anschauen und oder durchlesen. Link wie immer, ihr wisst ja wo. Und das war es auch schon für mich. Jetzt kommt Weihnachten, morgen, übermorgen und so weiter. Ich bin drei Tage bei meinen Eltern im Bündnerland. Es könnte sein, dass am Montag nichts kommt. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall euch schöne und beschauliche Weihnachten. Und wir hören uns dann bald wieder. Vielleicht sogar am Dienstag auch nicht. Ihr werdet es mitbekommen. Der Podcatcher in eurer Hosentasche wird schon bimbeln, wenn es soweit ist. Vibrieren oder Push oder eine Eins hochbringen. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.